Joja Freunde was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Ich muss erstmal den Ton leiser machen. Das ist mir viel zu laut. Ich höre meine eigene Stimme nicht. Okay, passt. Mein Gabelstein zur Arbeitsplatz ist hier komplett vollgestellter. Links von mir ist einfach Mais. Rechts von mir sind zwei Flaschen. Eine Popcornmaschine. Leute, die in letzter Zeit mit mir im Talk waren, wissen wieso. Ich habe schon gedacht, wir haben die falsche Challenge ausgewählt. Es sollten die Geräusche nicht kommen. Ich habe schon gesagt, wir können die Geräusche nicht kommen. Ich habe schon die Geräusche nicht kommen. Ich muss ganz ehrlich überlegen, habe ich eigentlich die Customlights am Tablet, als ich FNAF 2 gespielt habe, freigeschaltet? Ich habe keine Ahnung. Was? Fuck. Stand da oben gerade was oder habe ich mir das eingebildet? Ah, fuck. Endlich. Ah. 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 War das zu spät? War das zu spät? War das zu spät? Ah. 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 Okay, du bist mal weg. Du bist weg, du bist weg. Die Mitte kann ich nicht sehen, also es ist nicht meine Schuld, wenn er weg ist. Du bist weg. Warum steht auf der Popcorn-Maschine PC drauf, Alter? Du bist weg. 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 Okay. ok kommen jetzt schaffen wir es aber so müssen wir uns auch keine sorgen machen aber nicht so leicht zu nicht werden also kennt man mich schließlich musikbox sollte uns eigentlich inzwischen egal sein aber ich zieh sie trotzdem ein stück auf ja gut gut 6 a.m. new and shiny geschafft nicer slicer look it out fritz m smith try now at the end you're fired recent tempering of enemy trust ara ok first day gefeuert am ersten tag vom job ich habe immer noch den dritten stern erreicht obwohl ich das noch nicht mal gemacht habe egal bye so so Vielen Dank.